oder so, Orkanen oder irgendwas, die haben einfach mal das ganze scheiß Team zerlegt. Mein Team dachte sich einfach, oh, die Nägel. Da kommen wir auch noch hin. Ja, so weitermachen nie. Also, Nebenkampfgruppe B und Hauptkampfgruppe A. Also, Kampfgruppe Schlachtschrift A. Und sobald ihr A habt, dreht ihr um und knallt ihr alles weg. Beziehungsweise kann man dann bei A bei den Arbeiten in der Mitte durchfahren. Ja, genau. Also, der Plan für die Hauptkampfgruppe ist hier rein, da und dann hier rüber. Und wieder unser zweites Spiel. Endbox hinten und nicht dran. Und halt wirklich, wenn es heißt Fokusfeuer, dann müssen alle nur noch auf dieses Ziel schießen. Zuka hat wahrscheinlich got torped, ähm, before. Das erste, was ein neues Fokusfeuer Ziel rechtfertigt, ist dann DD. Der wird immer als erstes, der Kursfuels Demoinen, so... Äh, ja, ja, well, they'll have the Demoinen on one side and the Mino on the other. I'm pretty sure about it. So they can cover the map with the Raider. Zait, wenn du den Punkt hier erobert hast, dann kannst du mal hier so in die Mitte gucken, das geht nach oben. Oh, so, oh my god, Eximus. So, neben mein, äh, eben den DTG. Fuckin' hell. Das ist mein Prioritätsziel aus Monenz am Minotaur. So, das kann ich schon mal in meiner Kampfgruppe weitergeben. Das heißt, wenn ihr die Breitseite kriegt, dann macht ihr ihr lieber weg. Ich wünsche dir, ich hätte mal so einen Motorboost in der Klamente. Zack, 40 km auf einmal. Ja, aber wenigstens mehr als 30 wird er schon mal erreichen. Julian, wir erobern den Punkt, ne, und dann fährst du hier in die Mitte und tobst mal überall, wo es nötig ist. Die haben halt eine Moskva und eine Demoien, die muss auch passen. Aber die Shima kannst du, denke ich, in einer Kampfgruppe machen. So, hinten, wo es da ist. 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 Da ist die Mino. Und wie weit haben die alle Radar? Kann man das mal eben oder wo? Äh, Moskva und Salem und Demoien. Und die Moskva hat zwölf und die anderen haben zehn. So, wir haben da Moskva in der A. Ähm, immer da. Ja, fragt mir auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, weiter vorab. Zup, 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 zup. Hier, Saarland. So, Fokusfeuer. So, wenn man da rein kommt. Ja, klar. So, das halt grundsätzlich erstmal alles, was Torpedos hat. Ja, ausgerüstet. Come on, come on, back up. Aus dem Gegner-Team. Ja, auch noch. Oder zusätzlich. Oh, green pressure. Yoshino, mal wieder ein bisschen mit zur Flotto. Hm, ja, ja, ich muss den Mann ausmachen. Okay, now we're gonna try to burn that guy down. So, ist hier irgendwo. Can you support the Kurfürst? Ups. Ich hab da Moskva einen richtigen Respektschüler gegeben. Kannst du 3.000 erwischen. Zett, guckst du, dass du die Shima irgendwie bekämpfst? Ja, die hat gesnokt, ich glaub auch gesnokt. Ja, die hat gesnokt, ich glaub auch gesnokt. Bitte nicht ein, mich rein. Ja, es ist ein ganzes Knopf in der Kurfürst. Während sie noch nicht da in der Lage ist. Naja, aber ich würd schon... Ich glaub der Kurfürst hat auch noch nicht geschossen. Es ist ein Whisky. Es ist ein Whisky. Ich hab hier mit dem Ball in der Kurfürst. Ja, nicht aus. Ich hab hier mit dem Ball in der Kurfürst gesnokt. Ich hab hier mit diesen Schima eingeladen. Ja, ich hab hier mit meinem Ball. Voll, dass ich jetzt nicht so richtig bin. Ich hab hier mit meinem Bericht. Ich hab hier mit meinem Hava in der Akustik-Sourge-Module erst. Ich hab hier mit dem Ball zast. Wenn es über über, ich hab hier in der Kurfürst. Ich hab mir eingeladen. Klar, ich hab über die Horizon-Durchsage-Module erst. Ich hab hier mit euch glücklich. Wir müssen jetzt durchpushen, also wir pushen jetzt hier noch unten durch, weil wir müssen die Death-Wand nehmen Okay, kannst du healen, Kremlin? Hast du die Damage nicht gesehen? Ja, ich muss mal versuchen sie zu holen Wir haben die Salem halt hier auch noch durchschießt, da können wir leider nichts gegen machen Huber, dass sie alive sind, wir müssen wieder Reset das Point Ich verstehe, wir müssen slowly retreat C'mon, c'mon, c'mon Oh, boah, das ist ein Anglers Molensk Gino, wenn du von hinten tauchst, versuchst uns mit dem Bescheid Erstmal darauf aufpassen Ja, ich hab drauf geachtet Ja, aber wir müssen sagen, dass wir dann nicht aus Versehen da einfahren So Ja, hier kommt Charles So Super Ich kann schütteln, wenn du nicht sterben, wenn du schüttest Ja, ich bin nicht schütteln, aber ich weiß nicht, wie sie mich spotten Okay C'mon Gutro, bitte C'mon, Gutro Sag negativ, wenn es gerade nicht geht Nein Oh nein Nein Jetzt geht's mal Quest Mit der Tension Hat kein anderer bei euch, Hydro Okay, die Torps will miss... Dann mach du an Z In diesem Brenz Can you activate your Hydro Acoustic Surge? No, I don't have it Okay Z Mir ist nichts getan Oh come on, set this guy on fire Ja, ich hatte das von der Quatsch, oder? Oh nein Du hast so viele Juroben auch in der Quatsch Ja, die Tensmo fährt gerade auf A Kannst du die, äh, die, äh, die, äh, große Gruppe zu tropfen? Ja, ist schon passiert Also bei einer Kapsgruppe, alles auf der Postgruppe Na, ein Zeichen auf dem Weg gestern Okay, sehr schön, perfekt Richtig schön Richtig schön In uns rein Dang it Not taking enough damage Not taking enough damage Not taking enough damage Oops I can't beat in diese scheiß Mino Ich bin ruhig Kill the Mino if you can My crew Oops, scheiße I thought you stürfst Nö, ich hab nur 7ern gerade fast rein getränkt Kill the Mino Tower It has to die Yeah, I'm on it Okay, he's down Okay, good It's all nested in this target Großer Kurve ist brennend Und der hat... Ja, schön Wir sind in... Von der HP her 2 zu 1 überlegen Oh, you're mine No, you're not Okay, now we have to kill this Mouletz Somehow Crap Z Bevor du mal hier runter Yeah, I won't last long I need help Yeah, retreat I will attack this Mouletz Achtung Da hab ich nur noch Torpedos Ich glaube aber nicht Ja, don't shoot Ich bin da hier dann Yeah, if you allow it to be Just retreat Oh boy We will win in 2 minutes We will win in 2 minutes Ja, got the punkler, also C is high C is high Das Radar ist hier Ja, das Radar ist von meinem Puff Okay, we're gonna win this one So, hat die Smolenski killed C is here Zehn mich mal in der Mitte Ich hab noch Hydro Ich mach meine an erst mal C is Kima, die hatte vor... Die hat noch 18.000 Leben Ja, ich hab noch nicht mehr 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 Ja, da sind 30s Till der Ende der Battle So, gg Ja Ich werde die letzte Repair Aber, anyway Na, geht doch Ja, wir haben gerade nur ein Schiff gekept Ja, ich hab auch nur eins gekept Ja, aber insgesamt haben wir ja sechs Schiffe Ja, aber insgesamt haben wir ja sechs Schiffe Finale Wuuuh, boi Das Smolensk hat mich rauf Ja, das Spiel hat deine Drohung gehört Oh, man, aber das Pull Force Ich war schüttig Und es war einfach nicht Es war einfach Es war einfach Bouncing Wie viel Schaden mit deiner Kugel Ohne Abzüge Wie viel Schaden mit deiner Kugel Aber ich hab jetzt auch fünf geschossen Auf die Smolensk geht das übel gut 70.000 Damage Oh, boi Das ist nicht schlecht Es war nicht alles nur Bouncing Es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied Ob man einen Schlachterfakt mit Schadensreduktionsskinnung Oder eins mit einem Schadensreduktionsskinnung Oh, boi So, ich hab eigentlich Die Damage gemacht Ich hab jetzt auch